Lehmann, Bündnis 90 Die Grünen, der mit Frau Präsidentin beginnen darf, Herr Kollege. Guten Abend, liebe Kollegen. Sven Lehmann ist der Nächste. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kaum etwas in der Tat auf dieser Welt ist so starr wie die Aufteilung der Menschheit in Frauen und Männer. Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Das ist in der Tat die entscheidende Frage schon vor der Geburt. Dabei war die Biologie und auch damit die Realität schon immer variantenreicher und vielfältiger. Aber intergeschlechtliche Kinder werden und wurden als exotisch abgetan, belächelt, versteckt oder halt eben operiert, obwohl es medizinisch gar nicht notwendig ist. Für die Kinder bedeutet ein solcher Eingriff an ihrem Körper auch ein Eingriff an ihrer Psyche, an ihrer Seele, ein Eingriff an ihrem Recht auf Selbstbestimmung. Und deswegen kaum ein Anliegen findet so breite Zustimmung in diesem Haus wie Säuglinge und Kinder vor diesen Zwangsoperationen zu schützen. Das ist genau richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Grüne fordern, wie viele auch hier in diesem Haus, seit vielen, vielen Jahren ein solches Schutzgesetz. Mit unserem Entwurf eines Selbstbestimmungsgesetzes haben wir vorgelegt, wie das konsequent umgesetzt hätte werden können. Umso enttäuschter sind wir von dem Entwurf, der heute hier zur Abstimmung steht. Denn der Gesetzentwurf legt die Entscheidung über den Körper von Kindern weiter in die Hände von Erwachsenen. Er enthält immer noch zu viele Lücken, obwohl diese in der Anhörung im Rechtsausschuss deutlich kritisiert wurden. Sie haben diese Kritik der Sachverständigen gehört. Sie haben sie offenbar auch verstanden. Davon aber die zentralen Punkte in dem Gesetzentwurf nicht untergebracht. Es soll erst mal kein Bundeszentralgesetzregister der Operation geben, was den Kindern erleichtern würde, auch später etwas über die an ihnen vorgenommene Operationen und Behandlungen zu erfahren. Die vorgesehenen Verjährungsfristen, Aufbauungsfristen für Gerichtsakten sind deutlich zu kurz. Es ist unklar, wie die eingesetzte Interdisziplinäre Kommission arbeiten soll und vor allem, warum eigentlich die Eltern die Kosten dafür tragen sollen. Trotz fast zweijährigem Beratungsprozess kann sich die Koalition nur auf einen Prüfauftrag zu diesen wichtigen Punkten einigen. Das ist bei einem so zentralen Menschenrechtsthema einfach zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können deswegen mit großem Bedauern und sage ich sehr ausdrücklich mit großem Bedauern Ihrem Gesetzentwurf heute nicht zustimmen. Wir zeigen stattdessen mit einem Entschließungsantrag, wie ein Schutzgesetz wirklich aussehen muss. Denn die Entscheidung über den eigenen Körper und über das eigene Geschlecht kann nur bei einer Person liegen, und das ist bei jedem Mensch selber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Sven Lehmann. Ich danke Ihnen. und die letzte Rednerin in dieser Debatte, Susanne.